Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Uran, wo wir in den Weizenfeldern jetzt gelandet sind und uns mal ein bisschen umschauen. Yippie! Oh, hallo, ein Pokémon und zwar ein Original-Pokémon. Ähm, ich glaub's. Ja. Okay. Yay, ich bin verwirrt. Hurra, damit fängt's doch schon mal gut an. Ähm, Quick-Attack. Ich glaub nicht, dass das gegen Traunfugil irgendwas ausrichtet, weil ich glaub, es ist entweder Unlicht oder ein Geist-Typ. Ähm, Pokéball. Ich hab ne Menge Ultra-Bälle. Äh, ja, nein. Doch. Ultra-Ball? Ach, egal. Hör auf mich böse anzuschauen. Nein, ich hab nicht vor, abzuhauen. Ups. Ah. Ich will dich haben. Im Namen des Pokédexes. Der Vollständigkeit. Und Fanfare. Yay. Okay. So, mal schauen. Das Schreib-Pokémon. Es ist Geist. Er hätte normal nichts gebracht. Ja. Traunfugil erschreckt Leute mit seinem, äh, furchteinflößenden, weinenden Schrei. Scheinbar benutzt es die roten Sphären, um die Angst seiner Gegner als Nahrung zu absorbieren. Okay. Ja, würde ich gerne. Albtraum. Albtraum. Ich denke, das ist ein guter Name. Juhu. Levelaufstieg. Sehr schön. Das ist doch mal ein guter Anfang. Oh, hey. Hörnchen hatte so was in seinem Besitz, das ich vergessen habe, ihm abzunehmen das letzte Mal. So. 72. Frisch aufgestiegen. Na, wie geht's in unserem kleinen Ei heute? Es ist noch nicht mal ansatzweise in der Nähe vom Schlüpfen. Okay. Ich mag's, dass man nur noch meine Mütze sieht. Ich bin eine Mütze. Ich bin ein Käfer. Cottonee. Ich glaub, das ist auch ein Original-Pokémon. Aber im gewissen Grad kann ich mich nicht mehr aus, leider. Probieren wir's mal. Ich will's nicht K.O. hauen. Uh, verdammt. Oh. Entschuldigung fürs Fluchen. Okay. So. Haha. Gut. Dann sind wir hier gut dabei. Äh, ja, ich benutze trotzdem einen. Das war echt knapp. Ich dachte, ich mach's gleich K.O. Ei, 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 komm mal. Komm schon, komm schon. Ah. Okay. Ein... Ein Woll-Pokémon. Grasfee. Sie gehen dorthin, wo immer der Wind sie hinträgt. An regnerischen Tagen werden ihre Körper schwerer und sie suchen Schutz unter großen Bäumen. Ah, okay. Woll-Puschel. Pusch... Puschel. 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 Alt. Schl. Wollpuschel. Oh, okay. Jippie, wir haben Box 1 voll. Okay. Es gibt ein paar neue Pokémon hier drin. Und das alleine im ersten Abschnitt. Ähm. Äh, äh. Okay, dich hab ich schon. Dich hab ich schon. So. Ähm. Metallklaue. Na, zumindest krieg ich einen Vorteil davon. Äh. Und ich bin paralysiert. Super. Äh, okay. Stimmt, ich hab vergessen, Leech-Seed zu verwenden. Naja, ist auch egal. Hat sich erledigt. Ja! Äh! Endlich! Oh! Oh! Metallynx. Slash. Äh. Schauen wir mal. 70 und 100? Critical Hits. 70 zu 160. The attack lands without fail. Metalclaw. The target is right. May also raise the user's attack stat. Return. Äh. 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 Was verlernen. Was verlernen. Metallclaw hat nur 50 und 95. Aber es ist ein Stahlangriff. Aber es ist ein Flugangriff. Aber Rückkehr wird immer stärker. Ah! Verpflegst. Okay. Ähm. Ja. Sorry. Sorry, Kamikaze. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Wow, es klingt echt... Es klingt auch böse, böse. Einsamme Natur. Das Pokémon ist vor kritischen Treffern geschützt. Wenigstens etwas. Ich mag die Animation. Zack. Hm. Ups. No, no. Ah, verpflegst. Es ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Muss ich gestehen. Äh. Wo ist mein Miracle Seed? Ja. Ich wollte eigentlich nur die Position tauschen. So, 91. Endlich. Endlich ist es mal so stark, dass es... Endlich ist es mal so stark, dass es auf dem Level drauf ist. Ah, ist das schön. Supi. Gut. Äh. Ein paar schon. Tja. Paralysiert. Sehr schön. Wundervoll. Sehr schön. So, Hörnchen. Arbeitet sich hier mal gemütlich durch. Ich glaube, normalen Attacken sind nicht so effektiv gegen Kampf-Pokémon. Ich würde, ich würde Hörnchen gerne noch was anderes beibringen, muss ich gestehen. So. Wir gehen jetzt erst einmal bei der netten alten Dame heilen. Weil ich die Paralyse gerne aufheben würde. Dankeschön. Ja. Danke. Ähm. So. Hyper Potion. Nett. Wo muss ich eigentlich lang? Achso, das ist es. Das ist... Das ist der Tipp mit dem Fischen. Ähm. Nach da oben geht es weiter, nach da drüben geht es weiter. Ach, das ist egal, wie rum. Okay. Ähm. Kollege? Bist du ein Trainer? Hier in der Gegend arbeiten die meisten von uns auf einer Farm. Es ist harte Arbeit, aber es ist genug, um ganz Tandor zu versorgen. Wow. Dieser einzige kleine Fleck versorgt ganz Tandor mit Futter. Das sieht echt klasse aus. Mir gefällt das. Die Gegend hier hat einen echt wirklich abhebenden Charakter zu dem ganzen Rest. Äh. Ich wollte gerne was... Korn-Berries. Äh. Korn-Berries. Was sind Korn-Berries? Berries. Korn-Berries. Korn-Berries. Da. Äh. Okay. Also haben sie gar keinen Effekt. Ah. Okay. Eh, da fällt jemand sehr langsam Fahrrad. Wundert mich, dass sie nicht runterfällt. Ähm. Hey, Kollege. Excusez-moi. Äh. Entschuldigung, ich kann kein Französisch. Äh. Wie ist das? Wie heißt das in dem schönen Lied? Parlez-vous-nous-français? Je ne pas... Je ne pas pas français. Ja, ich glaube, das war sie ja. Ah, okay. Pflanze. Oh, das wird nervig. Wow. Stimmt, das ist ja... Giga-Drain. Okay, ein Angriff kann ich nochmal machen. Okay. Jetzt muss ich echt gegen Hörnchen... Sorry, Hörnchen, aber du kommst dagegen nicht sinnvoll an. Kamikatze, raus mit dir. Du hast Metallklau. Das ist effektiver. Gut, dass ich es nicht verlernt habe. Ich würde mich jetzt ärgern. Ah, das schaut cool aus. Das Blumenmuster auf dem Rücken. Ah. Kamikatze. Oh. Was? Nicht. Ah. Na toll. Und Kamikatze ist wieder paralysiert. Na super. Jetzt kriegt nicht einmal... Jetzt hat sich... Jetzt... Jetzt hat sich Hörnchen so viel Mühe gegeben. So viel Mühe. Das ist ein Blitz-Pokémon. Rückkehr. Tja. Wie gesagt, Rückkehr ist inzwischen ziemlich stark geworden. Hörnchen. Hörnchen. Ich möchte, dass es seine Erfahrungspunkte auch kriegt. So. Jetzt tauschen wir wieder aus. Auch ganz Kamikatze ist. Mit Paralyse. Aber das kriegen wir jetzt noch. Zumindest weiß ich, dass ich mir die Runde für Leech Seed sparen kann. Weil es Pflanze ist. Rasierblatt. Na, ein Versuch was wert, ha? Yippie. Wenigstens ein bisschen was. Evedine. Ja. Würde ich gerne. Das ist nämlich Azuri. Und da habe ich nun mal bessere Chancen. Sehr schön. Oh nein. Uh. Ah. Oh. Ah. Okay. Mirror Shot habe ich jetzt befürchtet, dass das sehr viel mehr Schaden anrichtet. Da habe ich jetzt wirklich befürchtet, dass das mehr Schaden anrichtet. Meine Pokémon sind so fit wie ich. Also komplett erledigt. Äh. Äh. Okay. Ah. Ich sollte Hörnchen vielleicht austauschen. Oder heilen. Ähm. Ich habe bestimmt ein paar. Ups. Ups. Wo ist die Medizin? Ja, Super Potions. Haben wir ja noch ein paar. Haben wir irgendwas gegen... Full Restore. Nope. Poison. Full Heal. Statusprobleme. Behoben. Ich denke, wir haben genug, dass wir da ein bisschen großzügiger sein können. Oh. Alles, was ich tue, ist trainieren, trainieren, trainieren. Den ganzen Tag lang. Hilf mir, um ein wenig zu trainieren. Äh. Äh. Okay. Nettes Outfit. Das passt sehr gut zu deinem roten Fahrrad. Brook. Ist das ein weiblicher Name? Kinnamank. Gegen Kinnamank. Ähm. Gibt es irgendeine Attacke, die du besonders kannst? Oh, Doppelteam. Ich sollte mal schauen, ob ich Hörnchen irgendwelche TM's beibringen kann. Doppelteam ist ziemlich nervtötend. Ja. Dafür war meine Trefferquote allerdings relativ hoch. Irgendwann. Ja, wir haben inzwischen den Zustand. Okay, ja. Ich weiß, dass es irgendwann ein reiner Zufall wird, dich zu treffen. Hm. Jetzt hat er aufgehört, Doppelteam herzunehmen, weil er... Ja. Okay. Gut. Er wird versuchen, mich mit Doppelteam zu treffen. Ah. Ja, ich schicke jetzt nochmal Kamikaze raus. Noch mehr Doppelteam. Warum? Ups. Nope. Ähm. Leech Seed? Habe ich... Ist das überhaupt sinnvoll? Oh hey. Getroffen. Egal, was du anstellst. Jetzt wird es sehr frustrierend für dich. Okay. Ähm. Schauen wir mal. Aerial Ace trifft immer, hieß es. Mal schauen. Selbst wenn es nicht effektiv ist, die Kombination Leech Seed und Aerial Ace ist wahrscheinlich... Aero Ass ist wahrscheinlich jetzt also die beste Möglichkeit, um ihm Herr zu werden mit seinem ganzen Doppelteam. Wobei die... Die Taktik ist eigentlich nicht verkehrt. Sofern der andere nicht Aero Ass hat. Palich. Ja, es ist ein Feuer-Pokémon. Ja, es ist ein Flug-Pokémon. Ja, Hörnchen ist schon wieder ziemlich böse angeschlagen dafür, dass es jetzt eigentlich super Vorteile hätte. Spark. Spark. Weil ich zu dickköpfig bin. Vielleicht hoffentlich paralysiert? Flame Burst. No. Ah. Okay. Flame Burst. Es ist ein Flammen-Pokémon. Flug gegen Flug. Es ist Feuer. Azuri hat Mirror Shot, was Stahl ist, was nicht gut ist, gegen Feuer. Kamikaze ist Pflanze Stahl, was beides nicht gut ist, gegen Feuer. Oh ja. Burdo ist eh nicht gut gegen irgendwas. Sludge? Danke, dass du meine... Das ist... Ja, wie geht's? Ich verstehe nicht ganz, was Burdo hat. Aber gut. Du musst mir ein paar Trainingstipps geben. Ich glaube, da ist jemand sehr mit trainieren beschäftigt. Hier in der Gegend ist es wundervoll zu trainieren, weil die Luft so rein ist. Okay. Hallo, Hörnchen. Super Potion. Äh, ich könnte jetzt zur alten Dame zurücklatschen. Irgendwo hier in der Nähe müsste eigentlich eine Stadt sein. Durch die Weizenwälder. Ach, fast geschafft. Intimidate. Zumindest sind die Trainer jetzt wieder auf meinem Level, was allerdings auch bedeutet, dass ich... ...in der Hinsicht auch wieder ein bisschen mehr trainieren muss, um meinen Level-Vorsprung zu halten. So. Hallo. Ich wollte nicht wieder eines meiner... ...Revives hergeben. Meiner Wiederbelebung. So. Gut, und bevor wir das jetzt wieder vergessen, schauen wir mal, was können wir dir denn Cooles und Gutes geben. Rückkehr ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Besser als Tackle. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier eigentlich noch hab. Ja, Rückkehr kann ich mir als vier Sachen lernen. Ja. Tackle. Okay. Rückkehr gelernt. So. Brick Break. Doppelteam. Aero Ass. Torment. You can use the same move twice. Secret Power. Violament. Attract. Snatch. Snatch. Silberwind. Recycle. Captivate. Rock smash. Waterpulse. Ich glaub mal nicht, dass das Hörnchen lernen kann. Hätte mich jetzt gewundert, um ehrlich zu sein. Hidden Power. Hidden Power. Depending on the type and power of the hidden ability of the Pokemon. Sunny Day. Gigadrain. Gigadrain. Ich hab Gigadrain. Warum lern ich das Kamikatze nicht? Birdo kann... Ich glaub, Bird. Ich dachte, Birdo kann's bereits. Ja. Rücke kann ich, äh... Das Gute ist, Rücke kann ich Kamikaze jede Zeit wieder lernen. Genauso wie Gigadrain, weil ich ja das TM nicht aufbrauche. Wobei, Aerial Ace... Ich find's... Ja. Aerial Ace kann ich Kamikaze auch wieder beibringen. Frustration. Das bringt nicht wirklich was. Rückkehr. Brick Break. Double Team. Aerial Ace. Torment. Secret Power. Attract. Okay. Da bin ich jetzt eigentlich schon wieder durch. Na gut. Das heißt, Hörnchen hat jetzt zumindest eine etwas stärkere Normalattacke bekommen. Ich hatte irgendwie gehofft gehabt, dass es nochmal was anderes lernen kann. Ähm. Hi. Ich. Einst war ich ein sehr bekannter Trainer, aber jetzt bin ich im Ruhestand. Meine Kinder haben meine Pokémon und ich genieße das ruhige Leben. Okay. Also ein Veteran des Pokémon-Trainierens. Ähm. Wo geht's da lang? Ich mag die Gegend hier. Uh. Hey. Schaufler. Na dann. Schauen wir mal. Vielleicht kann hier Hörnchen Schaufler lernen. Wäre doch mal was Schönes, oder? Äh. Schaufler. 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 Wo ist es? Da ist es. Ja. Bitte. Yes. Hörnchen. Du kriegst was Neues. Ja. Sogar etwas sehr Nützliches. Ähm. Quick Attack. Ja. Definitiv Quick Attack. Es ist Zeit, dass Hörnchen mal ein paar Attacken-Upgrades kriegst. Das ist so schwach. Brick Break. Kann es? Ja. Ja. Man kann es lernen. Aber Joaman hat, glaube ich, schon sehr coole Sachen. 75. Nix. Nix. 65. 40. Rock Smash. Aber Rock Smash ist ein... Ne. Ja. Okay. Ein Versuch was wert. Hi. Nix in diesen alten Farm-Teilchen als ein paar lausige Vortalks. Aber ab und zu fische ich irgendwas Gutes raus. Okay. Merlin. Der Kerl hat einen harten Akzent. Glassluck? Und das ist stärker als ich. Und ich bin effektiver. Sehr schön. Sehr schön. Naja, gegen ein Fischer hat Hörnchen nun mal einfach bessere Chancen. Kritischer Treffer. Das schaut cool aus. Aber ich glaube nicht, dass es hier aus dem... Wirklich gut, siehste. Ähm, wo hast du das her? Es ist mein Ziel, überall in jedem Wasser von Tandor zu fischen. Ich glaube mal nicht, dass er das aus dem... Ich glaube mal nicht, dass er das aus dem Teich hier gefischt hat. Der hat es irgendwo anders raus gefischt. Pokedex. Ähm. So, ähm. Gläslack. Farbe ist, glaube ich, blau? Ja. Gläslack. Ähm. Wo bin ich? Also, ich glaube, das ist jetzt die bessere Frage. Wo bin ich? Ähm. Wo bin ich? Oh hey, es gibt's sogar in diesem Gewässer. Ähm. Ich glaube, ich habe die... Ich habe... Von meinem Zeug ausgerüstet ist... Registrieren. Genau, ich glaube... Ja, da ist das Fahrrad ausgerüstet. Ähm. Genau. Was heißt hier, ich kann es nicht hier benutzen? Ah, okay. Ich darf nur... Das ist sein Privatsteg. Da darf ich nicht angeln. Okay, das ging schnell. Erster Versuch. Sehr schön. Ähm. Hörnchen, das ist nur ein bisschen zu heftig. Fürchte ich. Äh. Äh. Oh Gott. Jetzt, wo ich schwache Attacken bräuchte. Rückkehr wird's wahrscheinlich schon plattern. Oh, es schützt sich. Okay. Cool. Ähm. Habe ich irgendwas? Ja. Mach's nicht platt. Mach's nicht platt. Äh. Hörnchen. Wahrscheinlich war es eine 5% Trefferchance oder... Äh. Findenchance oder sowas. Möp. Komm schon. Ah, Kapador. Das kannst du platt machen, Hörnchen. Das kannst du jetzt platt machen. Ja, ich glaube, es war eine 5% Chance, dass ich in dieses Pokémon hier finde. Und Hörnchen hat's natürlich platt gemacht. Und ja, hier könnte man jetzt sehr gut, äh, Items farmen mit Hörnchen. Habe ich jetzt nur gerade keinen großen Bock. Ich will wieder ein Glas zurück. Es ist furchtbar, wenn man es erst auf Anhieb gleich findet und dann kaputt haut. Yay. Oh, hey. Du willst beißen? Ja. Äh. 60 zu 40. Ich glaube, ich weiß, was ich tue. Das Schlimme ist, ich habe nicht wirklich irgendein Pokémon, mit dem man da großartig irgendwas ausreißen kann. Komm schon. Habe ich jetzt den ganzen, habe ich jetzt den ganzen Teich leer gefischt? Wie kann das... Ich dachte... Nein, Aeroass ist das, was immer trifft. Okay. Komm schon. Yay. Level 25. Uh, ist sogar stärker als das andere. Äh. Sing. Sing, mein Vögelchen. Sing. Bring es zum Schlafen. Äh. Au. Meine Geschwindigkeit ist gefallen. Oh no. Sing. Asuri. Okay. Ja, ich möchte noch ein Pokémon einsetzen. Danke. Leech Seed. Damit habe ich zwar jetzt nur eine begrenzte Menge an Zeug, was ich anstellen kann. Ich will jetzt nicht Karo hauen. Metallklaue. Rückkehr. Das ist alles zu heftig. Ich habe Angst, es kaputt zu hauen. Metallklaue. Oh. Oh. Oh nein. Nichts Seed. Nein, 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 nein. Bitte nicht umbring. Bitte nicht umbring. Bitte nicht umbring. Nein, nein, nein. Du ring. Oh, oh, oh. Okay. Wenn ich es jetzt nicht packe. Ultraball. Das heftigste, was ich habe. Komm. Bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Nein. Ja. No. 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 Ah. No. Ah. Verflixt. Ah. 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 Okay, wir merken uns diesen Teich vor. Das ist der Teich des Frustes. Den werden wir noch packen. Definitiv. Gebt mir all die Früchte, die ihr hier angebaut habt. Ich werde nachher noch was Frustmumpfen. Ups. Oh, was ist das denn, Süße? Möchtest du kämpfen? Nun, ich sehe keinen Grund, warum nicht. Du hast dir den Falschen zum... Hilda. Vor allem, Hilda, du hast dir gerade den Falschen ausgesucht zum Kämpfen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt effektiv ist. Die Antwort ist ja. Okay. Oh, der hat ganz schön Feuer! Junova ist eine Region in einem weit entfernten Land, richtig? Ich und mein Zwillingsbruder waren da mal Trainer. Eines Tages wirst du dich auch mal zur Ruhe lassen, Kind. Junova, warte mal, ist das nicht Final Fantasy? Okay. Oh, yeah. Hohes Gras. Fluffy! Schaf gegen Schaf. Äh, Stampfer? Paulusiert. Paulusiert? Nein. Nur meine Geschwindigkeit gesenkt. Okay. Ja, ich bin schon langsamer als du. Fluffy ist okay. Ich wollte ein Voltilamm. Static! Woohoo! Äh... Great Ball. 2, 3, 3... Verflixt. Ups, nein, nein, nein. Äh... Ich möchte einen Great Ball, bitte. Ich vergesse immer, dass ich die Kurzauswahl habe heute. Oh, hey, der kam von hinten. Das ist unfair. Wow! Wow! Aber ansonsten ist noch alles frisch bei dir, oder, Fluffy? Ab in den Ball. Ab in den Ball, habe ich gesagt. Dieses Fluffy ist sehr widerspenstig. 3. Grrrr! Damage bei Recoil. Das ist gefährlich, wenn man es zu weit runterbringt und dann es sich selbst haut. Yay! Okay. Woll-Pokémon. Seine Fließqualität ändert sich, um statische Elektrizität zu generieren, mit dem bisschen an Wolle. Die nackten glatten Teile sind... Die nackten glatten Teile seiner Haut schützen es vor. Und weiter ging der Eintrag nicht runter. Okay. Frissel. Das ist Frissel. Na toll. Und da waren es nur noch drei. Ich habe gehört, dass es hier Ufos in der Nähe geben soll, also bin ich nicht gerade auf der Ausschau. Alice. Nimm Flora! Ein... Feen... Insekten-Pokémon. Fee-Insekt. 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 Struggle-Bug. Au. Rückkehr! Zeig mir, dass du mich lieb hast. Ähm. Was habe ich noch? Ah ja, bald. Ah, ich nehme lieber Rückkehr. Das ist zumindest garantiert, dass es ziemlich viel Schaden macht. Uh, sehr schön. Glassluck. Ähm, Glassluck. Ich glaube, das war... Oh. Du. Fröhliche. Ja. Luna-Pub. Oh Gott, Luna-Pub. Ja. Kamikaze, raus mit dir. Ich erinnere mich nur, das letzte Mal, als ich mich über Luna-Pub lustig gemacht habe und das Ergebnis war, dass es mir Hörnchen mit einem Schlag zusammengeprügelt hat. Das ist ein Kampf-Pokémon. Das ist ein Kampf-Pokémon. Wann ist mit mir? Wenn es wirklich Aliens gibt, frage ich mich, wie sie aussehen. Wie kleine grüne Menschen, die in ihren Untertassen fliegen. Ha, ich bezweifle es mal. Äh, okay. Wo ist hier die nächste Stadt? Ich brauche eine Stadt. Ah. Okay. Kann ich ihn umgehen? Ich glaube nicht. Oh doch, kann ich. Okay. Ähm. Da ist jemand. Gah. Bight. Nicht wirklich. Aber zumindest hat es zurückgeschreckt. Ich sollte vielleicht mal wieder heilen. Danke, dass du mich daran erinnerst, Hörnchen. Äh, Medizin. Super-Potion. Gut. Ah, Rück. Hier sind so viele. Ich will nur in die nächste Stadt. Rückkehr tut extremst viel Schaden anrichten. Dafür, dass Hörnchen eigentlich regelmäßig K.O. geht, bin ich sehr überrascht darüber, dass es mit Rückkehr so viel Schaden anrichtet. Okay. Gut. 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 Super-Potion. Und weiterkriechen. Okay. Hier ist ein Ausgang. Äh. Irgendwenn habe ich da umgangen. Ähm. Bullet Seed. Bullet Seed. Ups. Da. Shoot Seeds at the foe. Two to five seeds are not shot in rapid succession. Ähm. Ich glaube, das ist Pflanze. Warum kann... Warum kann... Warum kann Hörnchen Bullet Seed lernen? Das ist eine Pflanzenattacke, oder? Ja, das ist eine Pflanzenattacke. 25... Ja, okay. 25. 60, 80. Und das ist heftig. Ja. Kamikatz hat zumindest etwas, mit dem es die Attack... die Angriffskraft verstärkt. Warum... Bird... Bird Guard Giga drehen? Das brauche ich nicht. Okay. Interessant. Ah. An hier komme ich wohl nicht vorbei. Äh. Habe ich noch ein Revive? Ja, elf. Okay. Asuri. Ähm. Oh, what? What? You are, man. So. Jetzt halte ich bestimmt und gleich hinter hier ist das Pokémon Center. Das... Das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass... Ich da jetzt im Endeffekt gerade... Äh. Gosh, dieser Wort ist so langweilig. Das ist nur Getreid und Zeug. Ich kann es gar nicht erwarten, abzuhauen. Okay. Okay. Faye. Faye. Wuhu! Asuri! Ähm. Versuchen wir es mal mit Singen. Wow, Abok ist schneller als ich. Ach. Okay. Mirror Shot. Es tut ein bisschen mehr. Ja, okay. Gut. Funktioniert. So. So. Kinnamank, 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 Kinnamank. Würdest du gerne wechseln? Ja. Aus Prinzip gegen Hörnchen. Es hat eine Bodenattacke und es ist kurz vorm Level. Vorm nächsten Level. So. Na dann. Quick Attack. Wuhu. Welche Freude. Jetzt kommen mal ein paar neue Attacken zum Einsatz. So. Ah, fast. Ok. Komm schon. Sehr schön. Jippie. 1129. I shooten. I shooten. I shooten. I shooten. Ist das Bird Bird. Ähm. Nein. Ich tausche nicht aus. Ich habe noch... Spark. Sehr schön. Konfusion? Oh nein. Uh, 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 uh. Ich höre mich schon an wie eine Eule. Uh, uh. Ach, Hörnchen. Wing Attack, no. Ah. Und Hörnchen ist K.O. Joah, man ist ein Kampf-Pokémon. Asuri ist kurz vor kaputt. Kamikatze. So. Metallklaue, Leech Seed, Giga Drain. Ja, Rückkehr. Tschüssi. So. Ah, sehr schön. Vielang. Normal. Normal ist schwach gegen Kampf-Pokémon. Beat up, Stomp, Low Kick. Ich weiß nicht, wer größt. Ernsthaft. Da hat jemand dieselbe Idee gehabt. Der Unterschied ist, dass ich den Vorteil davon auch noch kriege. Beat up, Stomp, Stomp. Zum Glück ist das nicht effektiv. Da hatten zwei Dumme denselben Gedanken. Oh, wow. Guter Kampf. Mann, meine Pokémon sind echt nicht gut. Ich sollte sie gegen viel bessere eintauschen. Nein. Ernsthaft, du hast echt gute Pokémon. Lass mir Hörnchen platt gehauen. Wo ist das nächste Pokémon-Center? Pokémon Center. Yay. Ja, wie nur will. Wie nur will. Wie nur will. Hi. In diesem Teil der Region sind Leute sehr religiös. Bitte sei tolerant von, in andere Leute glauben. Okay. Winuel. Winuel. Ein nostalgisches Paradies. Wo ist das Pokémon Center? Ähm. Poké Center. Poké Center. Da ist der Pokémat. Wo ist das Poké Center? Sackgasse. Ah, ich hab die Kirche gefunden. Poké Center. Poké Ball. Oh. Schlaf. Okay. Sleep Talk. Nice. Poké Center. Die sind doch normalerweise in der Nähe vom Eingang. Oder etwa nicht. Ah, in der Brücke war ich schon. Ah, da ist er. Ah, okay. Kokosnuss... Ah, Kokosnussmilch. Ah. Poké Center. Hooray. Hi Leute. Hallo und willkommen im Pokémon Center. Du wirst bestimmt müde von deiner Reise. Ja. Okay. Wuhu. 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 Ah, sehr schön. Nun gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall nochmal zu der anderen Route zurücklaufen und wie ein wilder nach Glaslag... äh, angeln. Vielleicht nicht während ich es aufnehme. Das könnte sonst etwas länger dauern. Ein klein wenig trainieren ist auch noch drin. Und die Sache mit den Ufos klanken sehr interessant. Naja, es sind Weizenfelder. Ich glaube, dass... Das kennt, äh, jeder inzwischen dieses Motto. Wo Weizenfelder sind, gibt's auch Kornkreise. Also schön. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal zu Pokémon Uran. Habt einen schönen Tag oder Abend. Bye.